Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Final Fantasy. Ja, ich weiß, ziemlich lange her, die letzte Folge. Wie man sieht, einige Veränderungen, die ich vorgenommen habe. Ich nehme jetzt ungefähr eineinhalb bis zwei Stunden lang Final Fantasy einfach so für mich auf, komplett ohne Ton und schneide entweder Musik rein oder ja, das ist halt einfach still, was ich wahrscheinlich weniger machen werde. Ja, ich habe mir gedacht, da es einfach nur zu lange dauert mit dem Spiel, bis ich das mal durch habe, weil ich mich manchmal ja doch ziemlich doof anstelle. Haben mir gedacht, mache ich das jetzt so. Und ich habe erst mal nur eine komplette Tour über die Karte hinweg gemacht, weil ich am gucken war, wo ich denn hin muss, wo ich noch nicht war, was ich machen muss und so weiter. Und ja, zum Schluss habe ich es dann letzten Endes doch noch gefunden. Und ja, damit wünsche ich euch erstmal viel Spaß bei dieser Folge. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Wöhm. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020